Wir alle lieben diese Augenblicke. Bewegung in frischer Luft. Tiefes Durchatmen als Balsam für Körper und Seele. Trockene, staubige Innenräume aber setzen unserer Gesundheit arg zu, vor allem im Winter. Darunter leiden besonders unsere Kinder. Die Folgen? Niesen und Husten, angegriffene Stimmbänder, gerötete Augen, trockene Haut. Mit unserer Hilfe können sie das ändern. Machen Sie den Folgen von trockener Luft mit regelmäßiger Befeuchtung ein Ende. So verbessern Sie das Raumklima und Ihr Wohlbefinden markant. Das ausgezeichnete Luftwäschersystem von EOSWIS mit innovativer Technologie zieht die trockene, staubige Luft an und gibt sie befeuchtet und gereinigt in den Raum zurück. So geschehen Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem. Es sind keine Filtermatten notwendig. Weitere Vorteile. Niedriger Stromverbrauch. Automatische Abschaltung bei Wasserleerstand. Die antimikrobielle Wasserreinhaltung mit dem IONIQ Silver Stick. Dieser IONIQ Silver Stick hemmt wirkungsvoll das Mikrobenwachstum im Gerät und hält das Wasser dauerhaft frisch. Durch Vorionisation erreicht der Luftwäscher EOSWIS 2055D eine höhere Reinigungsleistung. Bei einer Befeuchtungsleistung bis 300 Gramm pro Stunde ist er geeignet für Raumgrößen bis 50 Quadratmeter. Über das digitale Display steuern Sie beim EOSWIS 2055D alle Funktionen. Zum Beispiel mit dem Hygrostat kann die gewünschte Luftfeuchtigkeit eingestellt werden. Besonders praktisch sind die Anzeige über Wasserleerstand, die Reinigungsanzeige und die ISS-Wechselerinnerung. Im Duftstoffbehälter können beliebige Duftöle eingesetzt werden. Das Gerät ist sehr energieeffizient dank automatischer Abschaltung bei Wasserleerstand. Der EOSWIS 2055D lässt Sie gesund durchatmen. Er ist ganzjährig einsetzbar und für Allergiker bestens geeignet. Damit Sie sich zu Hause fühlen wie an der frischen Luft. EOSWIS – Lebensqualität liegt in der Luft. Kopfh Mak Welch Rechts rapidement ins Spiel Kauân